Hallo und herzlich willkommen zur Beta von Mirror's Edge Catalyst Ja, ich habe mir auch, ich habe auch ein Beta Key bekommen und habe mir Mirror's Edge dann auch schon runtergeladen Ja, jetzt wird es einfach Zeit mal zu gucken, wie ich damit klarkomme und wie sie es so zockt Also ich habe viel Gutes gehört, auch über einen Vorgänger, aber nicht gespielt Ich werde während des Intros einfach mal die Fresse halten Ich werde während des Intros einfach mal die Fresse halten Every new day holds a promise Wasting or spend it advancing yourself, furthering your prospects and your career As a future employee of a corporation of your choice, your possibilities are infinite The key to success lies in unlocking your inner potential through hard work and relentless dedication As an employee, you are expected to perform at the top of your abilities Last day, huh? I thought we'd keep you here forever, Leech Work is rewarded Maybe you'd like another three months Laziness punishes It would be so easy Personal freedom comes at a price Come on, let's go We got a full day ahead Our great society expects every employee to contribute to the corporation of their choice Has served at 12 months since, to which 9-month radish for several incidents of insubordination Deemed ready for conditional release Now, if it was up to me Policy exists to keep you safe Be wary of policy breakers in our midst Upon release, you must seek immediate employment And will be monitored through your grid link If you do not find employment within 14 days You'll be relocated to a Greenland facility Do you understand these conditions? Just get me out of here Work hard and you will be rewarded Dressing rooms to the left, Leech And enjoy riches well-deserved Dogen sends his best Enjoy your freedom All the major corporations operate here And so there should be ample opportunity For you to find new employment And lead a happy and productive life You have been given a rare second chance Make sure not... Okay... See so aus, als wenn ich jetzt im Game wäre Jawohl, ich kann mich umgucken Ja, wie gesagt Ich hab den Vorgänger leider nicht geschwählt Bin mal gespannt, wie ich mich so als Ranner überhaupt schlage Guck mich mal hier so ein bisschen um Was so die Grafik auch hergibt Und da ist die Spiegelungen hier Okay, die Tür öffnet sich Hey, komm mit mir Okay, ich höre jemanden, der nach mir ruft Dann schauen wir mal, wer da ist Also wir sind auf jeden Fall, oder ich bin auf jeden Fall Faith Und was ich weiß, ist, dass Da ist auf jeden Fall den Release verlegt hat Auf irgendwann Anfang Juni, ich glaub neun Sind denn hier alles für Infos, okay Die Karte ist natürlich nicht schlecht Und ich fühle mich denn dahinter der Erlatsch Nee, langsam, aber okay Wie gesagt, das ist Klosbäder Oh, sorry, almost forgot We have to cut your gridlock It's causing the interference Is this what the employees see all the time? Yeah, I guess you're not reformed enough to enjoy it I'm not reformed at all There you go You're off the ground Aha, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen weniger Now they know you're gone Time to get off the ground Okay Jetzt haben wir auf jeden Fall mal den Vogel hinterherlaufen Und hier haben wir Hey, was war das hier jetzt? Ich war da Okay, ich bin zu lange da Das fängt schon gut an Ja, ich komme, ich bin noch am üben Ola Oh shit Da wäre ich aber fast dagegen Oh, was ist jetzt Okay, das ist aber Das war doch schon mal schön Sag ich mal Und dann, ah, hier, durch die Tür Okay Make your way through the warehouse Okay, ich versuche es Okay Okay Oh shit Da war ich aber echt zu spät So, jetzt komme ich da wieder hoch Tja, da war ich etwas zu spät Oder zu früh Wann Tja Aber es war Okay, man muss doch tatsächlich Das Grund hier finden Oh Zumindest bis zur zweiten Tür bin ich Okay, hier geht's hoch Das kann ja nur noch schlimmer werden Oh nee, balancieren mag ich gar nicht Na, na, na Na, na, na Na, komm, komm, komm Die woods yet Faith A V-Toltis flew in I think K-Tec means business Just keep going Oh nee, da muss ich aber Wenn das öfter kommt Möchte ich üben Das ist irgendwie nicht meins Oh shit Oh shit Das habe ich mir gedacht Mann So an der Wand laufen Ist jetzt nicht meins habe ich gerade gesehen Ich war jetzt Also man muss Ich glaube ich hier Na, die Punkte schon richtig gut treffen Ich treffe gerade nicht gut Aber Wir riechen es hier einmal Okay, das war schon besser Darf ich trotzdem nicht Gegen die Wand latschen Äh, falsch Oder? Doch hier Kann ich da hoch? Nee Oh nee Ich glaube nicht, dass ich Wandläufe mag Und jetzt Kommen wir hier wieder raus Na toll Wäre nicht schlecht, wenn wir hier wieder raus kämen Kann ich hier hoch vielleicht An den Dingern Na toll So, wie kommen wir da jetzt hoch? Okay Na toll Das ist aber nicht Ich sitze hier Schon mit dem Loch fest Okay Was für Möglichkeiten habe ich? Keine Ach doch, hier ist doch Ein Rohr, Mann Der Rohr sagt, das ist grau Ist grau Okay, ich muss einfach höher Oh Ach, naja Es bedarf Eine Wehwebe Aber gut Was ist denn dann lang? Muss da lang gehen? Doch, es muss da lang gehen Hallo Oh Welche Tür kann ich nicht Ich bin langsam Ich weiß Ich weiß Ich weiß nicht, aber ich würde nicht Es geht Und jetzt Sie wissen, dass du hierher gekommen bist Ich hatte eine Wahl. Klar, wir müssen uns rausziehen. Wir müssen einen anderen Weg nach der Eberdyne Tower gehen. Wir werden wieder verbrechen, damit sie verletzt werden. Kannst du es über die Pfeife gehen? Natürlich. Sehr gut. Deine B-Link sollte jetzt kalibriert werden, und dein Runners Vision funktioniert. Nur folgst die Red, und ich werde dich in der Tower treffen. Los geht's. Los geht's. Okay. Ach du Dickener. Schon wieder an der Wand lang. Ich hasse es an der Wand lang zu laufen. Es war klar tot. Sorry. Sorry Faith, aber ich glaube da bist du abgestürzt. ... ... Animate One response. Have you got Carpenter subdued? I hope this holds. Animate One, what is your status? Animate One response. Animate One response. Kann man sich aber wehtun Leute Wo bin ich denn dann? Oh shit, den hab ich schon wieder nicht gesehen Noch einer Oh man, das fähig Und tschüss Kurve nicht gekriegt You can change controller layout in Optionsmenü Das müsste ich mir dann mal bei Gelegenheit angucken Aber jetzt nicht Also es hat schon was Ich denke mal wenn man da richtig drin ist Dann macht das schon Laune Ich muss doch mal um die Ecke schwingen Okay, da war ich jetzt auch zu langsam Zu langsam heißt in dem Fall Ich komm da nicht Mist Entschuldigung, ihr hört mich nicht Ich könnte wenden, jetzt bin ich wieder zu langsam Ja Hab ich mir schon gedacht, dass ich dann mit der Geschwindigkeit dann nicht hochkomme Aber wenn hier ein Hubschrauber hinter mir ist, sollte ich mich Wirkst wahrscheinlich beide Na komm hoch Wo lang, wo lang, wo lang Oh hier Da muss man springen, oder? Oh wohin? Oh Gott Oh nein Oh nein Nicht schon wieder jonglieren Ich Das mag ich jetzt schon nicht Ich Ich denke ich habe sie verloren Hä? Was war das? Da bin ich einfach falsch abgewogen, oder? So wie es aussieht, ja Ah, da ist Ach, da ist Ah, toll Die Ärmste muss bei mir auf jeden Fall mal definitiv bleiben Freunde, denn er Okay Okay First game First play Viel Absturz Ah, da ist eine Tür Cheers Oh, at least you got here before dawn Who are you? Ja, ja, ja When did you join the Cabal? About a year ago Well, I grew up with them So how about you cut me some damage You also got caught And caused a whole lot of trouble for Noah You don't know what happened I know enough And I know that I'm faster and safer than you Faith, are you at Orion yet? I'm here I'm here It's a bit crowded with new guy and his ego Knock it off Both of you Look, we are out of options The only way out is through the Everdyne Tower And with Kasich there, you're gonna have to fight them Vicarus Upload the combat mod to Faith's be like Alright, done Good Faith, use the mod to freshen up your fighting skills before you go on I was hoping you wouldn't come to this, but Looks like we don't have any choice Don't worry Noah I can do it I know you can I know Do I have to taunt to me? Taunt sets up a few enemy echoes to scatter There's a bit of haptic feedback too I'll wait here I'll wait here Okay I can track your metrics from your faith Alright, let's get started Okay, there This is okay 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 Remember to use your surroundings Being kicked into a railing will hurt for sure And even better, of course, is if you knock them into one another 2 for 1 Let's go ahead and check this one That's not as much as 2 for 1 Is that? Oh yeah Oh, I almost lost the other guy Really? Okay Okay Ach du Tickeret, was für ein Kass! Ja! Nice Kick! Huh? Wo geht's lang? Okay hier runter Hold up I'm a bit surprised they want Flunk's Carpenter so much Guess it's a good thing they don't know your real name Faith But things would be way worse As far as Why? What difference would that make? Huh? Read up on the Connors family history and you'll get why Icarus Back on Combo Ach du Dicke noch Kommen wir da hoch? Ja Alter Ach nee das Entschuldigung Ach Jetzt hab ich ja irgendwie grade Kann ich mir die Gegend anformieren? Ah Der mich runterrutscht auf jeden Fall mal Oh Hallo Schauen wir mal ob das was wird Der Mann der Kollege ist schon wieder vorne Mann! Und Tricken Kaffee Wenn ich hier noch renne Ach Ich bringe mal den Warrern Ja Kann man das Ding noch wegstecken hier? Ah So krieg ich den nicht Ich hätte gern dieses Diesen Dieses Teil dann nicht mehr in meinem Gesicht hier Das stört mich dann doch etwas Das stört sich auf jeden Fall Also diese Diese Einblendung würde ich gerne mal abschalten Das hat auch nicht gezählt Hä? Aber der ist doch weg oder? Weg ist er Öh Hä? Ich bin zu kurz Kann ich den nicht einfach herkicken Dass ich da nicht nochmal durch muss Oh das lässt dann aber nicht zu Ich bin zu langsam aus der Na 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 ja Definitiv zu langsam Springboard Moronjump Ich mag dieses Ich mag dieses Teil da nicht Erklär mir Bär Teil hier Das stört mich echt in meiner Optik Kann ich das ausschalten? Das nervt Das nervt Scheinbar nicht Das finde ich das jetzt nicht So kriege ich das nicht hin Ich will den Zehn mal machen hier Was ist denn der Haken an der da? Zählt das jetzt? Anfang Combat Tutorial Mode complete Na ja Ja War complete sein aber Continue I'm ready Noah Na ja nicht wirklich You always have a fierce fighter fan You'll be fine Okay What is she doing here? Ich habe ihn nicht gesehen hier Jetzt habe ich ihn nicht gesehen hier Hier geht es Oh shit Okay Hä Was ist hier los? Wo bin ich jetzt? Hänge ich irgendwo dran? Ach ich hänge an der Treppe Was ist das? Wo ist er? Oh shit Was ist das? . . . . . . Was ist das? Wir sind in der Tat in place, Leech. Ich will mess you up. Ich befürchte mal, ich gehe jetzt da hoch. Was ist das? Sie sollte hier sein. Na ja, das müsste ja normalerweise schneller gehen. Oh, die Hände sind so weit. Ah ja, ist doch noch irgendwo. Ach, Mann. Oh, den wollte ich gerade treten. Das wäre aber... Oh. Den werde ich nicht treten, oder? Es ist nicht möglich, zu hiten. Na, so ist es halt. Das ist ein negativer Kontrolle. Kein Visual. Sie hätte das nicht überlebt. Sie hätte das nicht überlebt. Nein, keine Vitals. Dann ist sie tot. Lass die Krupp-Kruhe den Körper aufbauen. Ich habe bessere Dinge zu tun. Ja, sie hat alle ausbauen. Send ein EMT auch, während du da bist. Ich bin hier fertig. Das zoppelt noch ein bisschen. Aber ich glaube, der wird mir nur mitteilen. In seinem Sinn. Dass ich keine Chance gegen ihn habe. Ich mag das nicht. Ich bin da schon wieder. Den Weg hätte ich doch schon kennen. Ich glaube, ich sollte nicht so überrascht sein. Du hast einen K-Sex. Das ist deine Spezialität, nachher. Okay. Danke. Was? Sie haben ihre combat-training verbessert. Oh. 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich hab keine Ahnung, ob das jetzt hier hängt. Na, was ist jetzt? Bin ich hier falsch? Okay, ich stürze jetzt einfach mal ab. Ich bin irgendwie falsch. Definitiv. Hm. Auf geht's, ich stürze. Hm. Typ nicht mehr da. Ah, Leute. Ah. 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 Ähm, Mist, wo lang? Hoch. Ich bin schon zu kurz springen, wäre es nicht schlecht. Oha, wo lang? Meistens sind drehen dann. Use elevator shaft to access the roof. Ähm, heißt... Oha, Mist, da sieht der Opa aus. Okay, ich bin irgendwo angekommen. Im Nervous H-Catalyst. Mächtig wie zu üben. Ja, aber das war... ...messer steuerungstechnisch reinkommen. Safe. Faith? Faith? Are you exploring the city, Faith? Come on, home. Wo ist home? Gute Frage, wo muss ich hier hin? Wo müsste ich hier hin? Ah, da habe ich was gesehen. Okay, ich denke aber mal... Das reicht für heute. Und... Ich versuche dann, im zweiten Let's Play besser zu sein. Versprochen. Also dann, bis die Tage und... Tschüss!